Özcan, ja Özcan hallo es ist der MCB ich werde dich demnächst ein bisschen unterstützen indem ich ab und zu mal youtube-videos von dir teile also ich werde da auch leute markieren ich weiß nicht ob ich so oft so oft 100 leute auf einmal markiere lieber nicht sonst stressen die facebook leute rum die mögen das gar nicht wenn man sowas macht so viel ja also ich werde mir demnächst mal wieder ein paar videos reinziehen und so wie gesagt das Faisal Kawusi Video das war gut mit dem Paten und so ich habe den Faisal Kawusi auch bei einer Comedy Veranstaltung im Club Universum gesehen das war 2013 oder 14 spätestens 15 ja da ist er mal aufgetreten da war auch dieser Comedian der sich der Tod nannte wenn du weißt wen ich mein alles klar